und zu essen schön ich weiß sehr gut vielleicht vorher noch die aufladen sollen aber nur sind wir brauchen die handschuhe irgendwo im süden die aufladen schön gewesen schiffen und hier haben wir noch genug schon immer wieder hier jetzt müssen wir praktisch herunter gerade gelaufen aber wir auf dem felsen sind wohl dann zeigten die richtung es ist ja das wurde dann der zweite rum rennt scheiße dürfte uns auf jeden fall eigentlich nicht sehen allzeit lang jetzt läuft da hinten rum oder was jetzt probieren wieso sieht er uns denn noch bullshit das aber relativ weit weg wir haben also eigentlich nicht mehr als zweiter als nur da drüben lang aus dem Weg runter mit der das steht hier in der Ecke sollte uns also nicht treffen der antrag hat losgelassen jetzt das Mord nein das ist doch nicht wahr trifft uns in der Luft man ist lang das ist ein bisschen deprimierend hier nun bisschen sehr sogar kann ja nicht sein ne da ist aber hoch sind das und dann läuft noch gleich weiter und die sehen uns sowieso das erste das ist nicht der richtige Weg das ist das ist doch nicht wahr mensch ich kann nicht mehr wo geht es denn lang das scheiße gelbe pfeil zeigt mir die richtung man das ist ja schon nacken foto sehr 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 komisch probieren noch mal nach rechts nein das kann doch nicht sein ich noch später springen das spiel leider abgeschmiert also mal leid das spiel stimmt hier in service nein falsch spiel hallo weg da kommt spiel um wo geht es da lang noch weiter zurück natürlich auch das ist die mutung kurz ausmachen das erinnert mich aber nicht wegkommen die längere ausdauer die zählt nicht an der wand da kommt doch gerade da kann er durch so war es wieder oben kommen von hier wir springen da drauf und zeigt uns der gelbe Fall dass wir runter sollen ein bisschen Zeit vergehen lassen ist der vielleicht wecken wir ein bisschen mehr Ruhe da ich gehe da hingucken scheint also nicht zu wissen wo wir sind ok das ist gut zu wissen aber auch glaube gleich wieder ok wir können ihn also abhängen wenn er nicht weiß wo wir sind das ist echt ein bisschen strange ja da oben ist die flacke also ich kann krasser an der wand lang gibt es da irgendwo einen Weg von hier aus hau ab man geh nochmal dahin und jetzt geh doch mal dahin was gehört zu tief oder da hat der Leute genau unten rum hat nachdem sollten wir gleich los sein und der trifft uns ja gerade nicht der Weg scheint falsch zu sein denn hier in die Ecke locken jetzt gucken wird er das überhaupt gut überhaupt nun an dann sinkt er hier in der Ecke aber nicht immer das schafft oder wir sagen wo es danach weiter gehen soll mich da drauf stehe ja das auch die ganze zeit noch das antritt ja da so so hat man ja ich habe Zeit um das mal klar zu stellen und das wäre auf jeden Fall nicht der hat die Hau nicht ab wie die Hunde das gut das wäre echt nice wenn der weg ist und vielleicht sogar versuchen den anderen zu erreichen aber das wird soll nicht klappen und wir kommen auch nicht wieder zurück mutig mal auf was die Vermutung wir sind auch im Rückweg die ganze Zeit wir sind müssen irgendwo anders abbiegen und warum so und dein Kollege her ich muss den denn hier irgendwo so er hat ab er hat zu den steinen läuft ja gut er hat 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 ant invited er hat er hat und er hat könnte kaputt hat also wir armbrust zum beispiel ganz viele pfeiler werden idee und das wird wohl nix ich hoffe die ich hoffe die sind dann weg immer und immer und immer und immer so rum sind wir den weg ja noch nicht so oft gelaufen hat auch was sind wohl aus hier irgendwas versteckt gibt mit klubeln keine so fest zu sein und was findet so hohe bei schon mal ganz normal so jetzt hoffe ich diese noch weg und ich hoffe diesen auch falls wir jetzt gleich stürzen immer noch weg das war sonst echt kacke wir halten auch nicht sicher aus ein bisschen nicht liegt jedoch er schickt mit so gut umgucken den Weg mit der Moser nimmt was gibt er dann immer hinter muss auch blau und das ist wieder rückweg wenn ich wieder rückweg zu sein okay ich sage so so vom Plateau zu Plateau man kommt die zwar zurück was gibt es den Weg hier hoch ich bin ich bin ich weiter soll ich zu verstecken das ist scheint der einzige sinnvolle Weg zu sein wir sind halt ganz falsch weil dann wüsste ich absolut nicht wo es lang geht da ja liegen hier geht es eindeutig hier drauf der Weg geht ja auch nicht anders rum das hier war halt der Rückweg das ist Rückweg hier scheiße das ist Rückweg ich weiß nicht von wo weil das ist eindeutig Rückweg weil hier kommen wir ja wieder zurück den Weg sind wir gerade gelaufen also muss es einen anderen Weg geben probieren nochmal es gibt einen anderen Weg wo und wie verstehe es nicht ich fast hier das wird ein bisschen deprimierend so ein bisschen so kleines wenig er kommt schon die steinfallung ja da will in falsche richtung ums bundel in die falsche richtung muss ich doof oder was jetzt sind dann weiter das vorliegt doch er liegt noch er liegt anders aber er ist noch tot das gefällt mir sehr gut der richtige Weg ach warte mal warte mal und die Info noch Dokumente und so durch ich bin und so der Bar das war Prozent als gelandet entgezündet wird der Befügel zu den Massegarten der Gebäude und zwar so englisch sein genau kleinbotsnode Klaus nun mal einst wird zu Matsch erkennt du und kleinbiet I hate to admit it, but Allison was right. I talked close to her pussies, but I circled you the pair right now. I know if she called here, this she'd have a good luck to the bitch. In fact, she is such a bitch that when she said she was going to climb the wall down, and thought she made it clear that she didn't want to be followed. Okay, also, she is the südliche wall down south. Was you deep scrolls would only show me down, slow me down, we haven't seen here signs standing, and I'm stuck here on the ground, watching everyone else have fun. I hope Allison fall down, uh, fallen and smashed into pieces. Okay, an der südlichen Wand müssen wir irgendwo nach oben. Sie muss irgendwo runtergekommen sein, dass wir die Handschuhe finden können. Sie sind jetzt hier runter. Sie muss einen Weg geben, also. Sie müssen nicht verletzen. Aber der Weg zeigt hier lang. Oh! Oh! Und eine Schlange ... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich gehe jetzt einfach mal den blauen Weg zurück. Nein! Ach, komm doch! Oh, man! Das ist doch nicht wahr. Hm. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist doch nicht wahr. sehr viele ladebildschirm in der zurzeit auf sind dann wieder hier aber der falsche richtung aber wo ist die eigentlich hin die die den Brief geschrieben hat muss er ja eigentlich auch irgendwo sein oder nicht das wäre zumindest so meine Vermutung ein bisschen was sollte hier noch an der Ecke liegen ja sehr schön was born into the high life I always like to exceed always love strong sensations experimented with everything I was never an addict just more of an adrenaline junkie my crowd was always the people living on the edge still nothing could have prepared me for what happened on that island